Ey, pass auf, du jagst dich gerade in die Luft. Ah, so blöd bin doch sonst nur ich. Ich fände es ja unglaublich, dass es immer noch solche ruhigen Ecken hier gibt und dass es immer noch so ein paar Menschen gibt, die hier überlebt haben. Auf jeden Fall brauchen wir Munition. Das gibt es nun so langsam tatsächlich nicht mehr. Kontrollpunkt erreicht. Und wie viele leben denn da auch noch? Wow. Naja, immerhin haben wir viele evakuieren können. Wo ist denn der eine? Weil das den nehme ich mir hier noch. So, sparen wir alle Munition. Bam. Oh, da ist so ein großer. Ne, das ist jetzt gar nicht gut. Da haben wir noch eine andere Knarre. Die wird uns aber nicht wirklich helfen. Hier. Komm. Scheiße. Rein hier. Wow, kacke. Der Scherber knapp. Okay, gut, den haben wir noch. Gestoppt. Was mir auffällt, die Aliens machen dieselbe Bewegung wie die Menschen, wenn sie hinter so einer Dingsbums sind. Hinter so einer Blockade da. Hätte sich nochmal irgendwie einen anderen Move einfallen lassen können. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn beide dasselbe machen. So, hier vorne steht einer drin. Den werfen wir weg. Da kommen die nächsten. Komm, schnell, 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 schnell. Und weg da. Rein hier. Den schnappen wir. Oh, schade. Der hat auch schnell weggesprungen. Hat er clever gemacht. Scheiße. Oh, 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 oh. Komm, mach, 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 mach. Was haben wir noch? Ja, ich glaube, den haben wir jetzt auf die Augen rausgeschossen. Den schnappen wir. Weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem. So. Der ist tot. Nachladen. Oh, scheiße, sind das viele. Wie soll denn das gehen? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Scheiße, zurück, zurück. Ja. Geht doch. So. Oh, oh. Nee. Nein. Nein. Okay, noch einmal von vorne. Von vorne hier alles. Wir sind ja schon lange nicht mehr gestorben. So. Schnapp ihn hier. Bam. Boah, fuck, was ist hier los? Ich habe schon gleich gemerkt, dass das irgendwie nicht gut gehen wird. So, den haben wir jetzt gleich geschnappt. Kurz in Deckung. Den schnappen wir auch. Schnell. So. Gegriffen. Weg. Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Und weg. Rein hier. Jetzt kommen die Nächsten. Nein. Nein, nicht gut. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich brauche mal ein paar andere Waffen. Ja, eine Granate kann natürlich auch nicht schaden. Komm, komm, komm. Ja. Okay, okay. Ey, pass auf, du jagst dich gerade in die Luft. Ah, so blöd bin doch sonst nur ich. Wow. Scheiße, 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 scheiße. Granate. Komm schon, komm schon. Los, noch eine. Töt ihn, töt ihn. Bam. Ja. Sehr schön. Schnell, lass mich mal hier rüber. Okay, der ist auch tot. Wo sind die Letzten? Da oben. Scheiße. Da sind auch diese komischen Sprinter wieder. Okay, aber wir haben das diesmal besser unter Kontrolle. Das will ich mal festhalten. Eine Granate. Dann ist da hinten noch irgendwo einer. Vielleicht jetzt auch Geschichte. Wo sind die Nächsten? 50 Schuss haben wir noch. Nee, wartet mal. Da hinten ist wirklich noch einer. Da steht er. Ja. Klasse. Gut. Wie machen wir weiter, hä? Wie gehen wir jetzt vor? Oh, das hört sich nicht schön an. Scheiße. Scheiße. Man kann hier auf Auf sehr vielen Arten kann man hier richtig schön sterben. Was machen wir jetzt? Ich schlage den Zettangriff zurück. Der Biet ist sicher. Fuck. Fuck. Scheiße. 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 Okay. Oh, alter ist das jetzt kacke. Vor allem für die anderen, die unsere Nano-Vision, Nano-Sicht, keine Ahnung, was nicht haben. Ich versuche die mal hier wirklich zu unterstützen, damit wir möglichst wenig Verluste haben. Was ist das da hinten? Nein. Nein. Oh nein. Nicht dieser. Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein ernsthaftes Problem wieder. Das geht nicht gut. Da haben wir eigentlich keine Chance. Versuchen wir diese kleinen Knöpse hier noch zu töten. Ja, fünf Schuss haben wir hier noch drin. Das kannst du ja vergessen. Das kannst du vergessen. Gesundheit ist kritisch. Waffe wechseln. Ich nehme jetzt die letzten Reste, die hier verfügbar sind. Und nochmal. Ja. Also, mehr geht auch nicht, ne? Au. Fuck. Haben wir den getötet? Die Granate? Nee. Leider nicht. Oh, hier haben wir auch kein... Keine einzige Kugel mehr drin. Scheiße. Und ich glaube, die anderen sind jetzt alle tot. Oh, nein, 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 nein. Ich dachte, von diesen kleinen hätte ich alle getötet. Okay. Zwölf Schuss noch. Ah, hier. Aber das ist natürlich dann sehr gut. Ja. Aber... Nein, er ist vernichtet. Sehr gut. Komm her. Ja, äh. Hier ist keiner mehr zum... Zurückziehen. Die sind eigentlich alle tot. Oh, fuck. Ja. Das wird auch höchste Zeit. Oh, hier leben schon wieder so viele. Das wundert mich wirklich sehr. Alle rein. Alle. man rein. Das ist die letzte Chance, hier noch irgendwie abzuhauen. Ich sag es euch. Wer jetzt nicht mitkommt, der wird sterben. Na, das... Na, nee. Das glaube ich ja wohl eher nicht. Jetzt macht doch hin, da geht alle rein. Oh. Warum ist da oben noch einer? Fuck. Ja, das war ja klar. Das war ja klar. Das ist ja krank. Warum steht der Typ noch da oben? Ja, denn sag an. Na, dann los. Ich weiß, ich weiß, wann ich wie beim anderen hochgeklemmert... Ah, wartet mal. Ich musste da noch irgendwie rein, ne? Ja. die Einsatzparameter nicht, aber ich gehe vom... Die Schlupsexplosion erfolgt in Kürze. In etwa 20 Sekunden. Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen. Das habe ich jetzt wegen der Brandstelle hier natürlich. Dann kommt das wahrscheinlich da rein. Ach, das sind einzelne Seiten. Ach, du liebes Lieschen. Das muss man aber auch wirklich erst mal erkennen. Das ist ja so klein. Ich dachte, das wäre insgesamt nur eine Seite. Aber das ist klar. Dann verstehe ich das jetzt auch. Das ist ja so klein. Bis zum nächsten Mal. Jahr اللch. 2 Das ist firme.